Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Hast du etwas erfahren? Ja. Dann raus damit, Mann. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin, vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen, oder... Ich weiß nicht. Ich will sie wenigstens trösten. Sie leiden unter einem mächtigen Frucht. Ich habe es versprochen. Ja, der muss es... Also, der hat... Gerald hat gesagt, dass es niemandem erzählt, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und ja, muss es eigentlich nicht wissen. Deswegen... Vivienne hat mir ihre Lage geschildert. Aber es war vertraulich. Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe. Aber ich bin doch nicht irgendwer. Ich würde alles für sie tun. Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen. Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen. Tut mir leid. Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat. Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht. Du wachst es mir, Lektionen erteilen zu wollen? Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt. Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert. Das bereue ich jetzt. Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr. Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar. Danke. Das ist ein ganz schön langes, umfangreiches Nebenquest fällt mir gerade eben so spontan mal ein. Das ist aber kein Hauptquest. Das muss ich ja wie ein Hauptquest. Mal wieder. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfes meinen Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218. Als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Halla, dem braunen Toussaint, überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallas barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Du wirst uns wohl wenig nützen. Als Hexe hast du ja keine Ahnung vom Ritterkampf. Versuch wenigstens, uns aus dem Weg zu bleiben. Es ist Zeit, meine Herren. Gebt eure Waffen und begebt euch in die Arena. Nur, dass ich viel besser und stärker bin als die verdammten Ritter. Ich mache ja alles in diesem verdammten Land. Ich habe so oft Banditen gehabt oder die blöde Hanse ausgerottet da, dieses Hauptquartier, wo sie erst gekommen sind, nachdem alles vorbei war. Applaus für die Ritter. Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter. Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann. Doch Oberst, wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten zugleich hier an. Die Spannung da roh, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. Lasst uns beginnen, jubelt ihr Leut. Blut, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's heut. Die kämpfen alle ohne Schild oder was? Okay. Achso, ich kann mich wieder heilen. Das ist so dumm, dass ich mich heilen kann. Och, nein! Ich wollte logischerweise blocken. Und wir laden nochmal neu. Sorry, Freunde. Aber ich will logischerweise gewinnen. Das nervt. Nein, ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht auf. Das ist so nervig, dass man hier nicht ins Menü kommt während solchen Sequenzen. Ich will das alles nicht sehen. Ich überspringe es ganz schnell, damit ich das nachher in Ruhe mir angucken kann. Aber das ist total blöd. Ich glaube, ich hätte gerade das Gespräch abbrechen können, aber ich habe es zu spät gemerkt. Oh, come on. Ich verstehe echt nicht, warum man da nicht pausieren kann. Das ergibt keinen Sinn. Hallo. Endlich. So. Das ist auf Garantie das gerade eben. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, das hier ist der richtige Kontrollpunkt. Ja, das ist echt ärgerlich. Ich verstehe das auch nicht. Also, es sollte doch eigentlich kein Problem sein, dass man in Zwischensequenzen pausieren kann. Es geht, also früher war das normal, dass man das nicht konnte. Dass man sich halt entweder komplett wegdrücken konnte oder halt, ähm, ja, es angucken musste. Manchmal konnte man auch gar nichts wegdrücken. Aber mittlerweile ist es eigentlich bei so vielen Spielen, also soweit ich weiß, bei so vielen Spielen, so dass man während der Zwischensequenz pausieren kann. Macht ja auch einfach Sinn. Hier geht es leider nicht. Und dann gerade wenn es so eine lange Zwischensequenz ist, ist es ein bisschen blöd. Hm, der Kampf war merkwürdig. Ich hätte gedacht, aber wie gesagt, ich will mich gar nicht als aufregend, sonst rede ich mich wieder in Rage. Ich habe gedacht, ich hätte, ja, geblockt, aber es wird wahrscheinlich, also es scheint doch ein schwierigerer Kampf zu sein. Also, sollte ich da mir ein bisschen Mühe geben und vor allem über Konter kommen. Ich frage mich, ob diese, diese direkte Todfunktion jetzt funktioniert, aber wahrscheinlich nicht, weil man ja niemanden umbringen soll in der Situation. Na gut, dann jetzt mal ganz in Ruhe. Ah, den können wir nicht blocken, den Typ. Wir, in die Grube ab mit dir. Hallo, kommt jemand? Toll. Greifen natürlich direkt mehrere an. Wahrscheinlich kann man die nicht erst stechen. Ja, ist der Typ nicht platt? Ja. Dann knien sie sich einfach hin, okay? Was? Wie? Ich kämpfe allein. Was ist denn jetzt los? Ehre, Wein und Heimat. So, einer weniger. Hä, haben die anderen geblutet? Dass jetzt nur noch einer übrig ist? Also, die zwei, die da liegen. Also, die da sitzen. Ich dachte jetzt eigentlich, die hätten noch Energie gehabt. Boah, nur einen Schlag kann ich setzen, wenn er am Boden liegt. Das ist aber selten. Hier, er steht immer direkt auf. Krass. Schon nie gesehen. Aber ja, die anderen haben wohl geblutet, weil der hier auch bluten kann. Nie sah die Welt solch ein rumreich Gefecht. Schneidig, gefährlich und dennoch gerecht. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier. Auf Gerald von Riva, stark wie ein Stier. Er meisterte alles, bis hierhin mit Leichtigkeit. Vorzüglich, aufregend war es, dazu noch stets vergnüglich. Doch nun kämpft er gegen Grégoire de Gorgon. Gewinnt er, so ist dessen Titel sein Lohn. Oh, wackere Kämpfer, müht nach zahllosen Hieden. Nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Da fällt mir ein, ich habe die individuellen Geschenke noch gar nicht angeschaut, die ich noch bekommen habe mit dem Wappen drauf. Es ist Zeit, auf in die Arena. Solltest du im Kampf schwer verletzt werden, hast du letzte Wünsche oder Botschaften an deine Lieben? Ich denke nicht. Der Hexer aus Riva, Gerald sein Name, wirkt alt, doch zeigt jedem, was er kann. Weiß ist seine Haarespracht und er zieht erfahren zur Schlacht. Mit lautem Getöse kommt der amtierende Champion, der letztjährige Sieger, Grégoire de Dendôme. Ich wünsche den Kontrahenten viel Glück und Ruhm. Vielen Dank. Mach mal mal. Wieso ist denn der so riesengroß? Das gibt's ja gar nicht. Was? Wir ziehen so viel ab. Oh Gott, ist das peinlich. Und dann gleich durch. Okay, wir konnten ihn sogar stechen. Oh Gott, wie lächerlich. Dieses Jahr trägt Geralt von Riva den Sieg davon. Und triumphiert damit über Grégoire de Gorgon. Hoch Geralt, 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 Geralt. Als Patronin dieses großartigen Turniers habe ich die Ehre, unseren Meister auszuzeichnen. Er hat auf das Strumpfband der allergnädigsten Herren, Herzogin Anna Henrietta geschworen. Zweifellos hat ihn dieser feierliche Eid auf unsere edle Herrscherin zum ruhmvollen Sieg getragen. Er hat großen Mut, große Stärke und große Disziplin bewiesen. Er hat ehrenhaft gekämpft und sich damit rechtmäßig den Titel des diesjährigen Meisters der Arena verdient. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Treffen wir uns später in meinem Zelt. Ich habe noch zu tun. Und du auch. Die Leute schauen zu dir auf. Du solltest wenigstens wegkommen. Wieso heißt denn das Schwert Geras von Rivas Schild? Was ist denn hier los? Ich muss die Sachen mal angucken. Jetzt reden die wieder eine Stunde lang. Dann habe ich es vergessen, wenn es vorbei ist. Passt auf. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirols sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Häckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Du hast richtig geraten. Er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich... Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Aber, Herrin... Dein Problem... Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Ich bin noch nicht so weit. Was soll denn jetzt noch passieren? Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Voll freigeschaltet. A night to remember. Obtain a flawless victory in all competitions. Ich gehe mal davon aus, dass da competition stand. Wieso steht das eigentlich auf Englisch da, dieser Erfolg? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, das ist die ganze Zeit schon so bei Witcher 3. Ich weiß gar nicht, warum. So, ich habe es nicht vergessen. Wir gucken uns erstmal unsere individuellen Sachen an. Zuerst die Waffe. Geralt von Rivas Schild. Ich weiß nicht, warum es Geralt von Rivas Schild heißt, aber es ist einfach mal super geil, eine Waffe zu haben, die den Namen von uns trägt. Was ist mit der Armbrust? Das ist sie nicht. Geralt von Rivas Armbrust. Was? Die ist genau... Ach, wir haben gerade keine drin. Okay, die ist besser als die, die wir vorher hatten. Okay. Es nimmt nicht mal ein Relikt, ne? Krass. So, was war noch? Ehrendite. Achso, das war nicht angelegt. Geralt von Rivas Schild. Ich glaube, das werde ich auch wieder nur auslegen im... Äh... Na? Bei maximaler Ritalität wird die Realitätsregeneration durch den Schaden umgewandelt. Bis zu 50% in den nächsten Schlagen hinzugefügt. Das Problem ist halt echt, dass man so gut wie nie auf voller Energie kämpft. Aber... Da die Waffe sich halt im Kampf auflädt, ist es nicht so schlimm, weil der Bonus halt schon nicht schlecht ist. Und die Waffe ist nur so wenig besser. Oh, fuck. Plus 14. Also ich denke, ich werde Geralt von Rivas Schild im Haus ausstellen, weil... Da gefällt mir die andere eigentlich deutlich besser. Die... Wie heißt die denn eigentlich noch? Die Iris, genau. Gefällt mir eigentlich deutlich besser als Geralt von Rivas Schild. Wobei es schon... Erstens sieht das Schwert geil aus, ne? Es hat unseren Namen... Es hat wie so einen Goldschimmer drauf, was auch sehr geil ist. Oder nämlich... Oh, man will eigentlich diesen Auflade-Effekt nicht verlieren. Oh, die sieht halt auch... Also die sieht eigentlich... Sie sieht also... Ah, 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 oh, ii. So, was könnte ich denn theoretischerweise draufknallen? Was könnte ich denn theoretischerweise draufknallen? Wir haben drei. Chance auf Vergiften, 5%. die hat auch keine bachse hat auch keine bachse einfach nur 50 prozent kritiker treffer bonus und 50 prozent kritische treffer chance erhöht aber keine bachse an sich ich denke ich werde nicht nehmen es tut weh aber was soll es moment hat man nicht noch irgendwas was nicht treiber nachher noch ein zattel hat man sind das zattel jetzt vergessen wir das zattel hier sattelt des ritter von gerald von riva ausdauer 90 aber das ist sogar um 5 besser ausdauer 85 sehr geil dann nehmen wir das natürlich gerald von rivas zattel gut es reicht ach schade dass das schwert nicht noch also aber man muss echt sagen zurück ich kümmere mich darum ein panther greift das lässt ein herz ich sehe da nicht viel ich war gar nicht mal so gut ok 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 wir waren fast tot was wir hatten noch nicht wir hatten noch keinen panther vorgebracht sind auf einen flecken moos gefallen sie sind heile bis auf eines das ist zerbrochen reicht es ich frage dich jetzt ein letztes mal bist du sicher dass du das tun willst wenn es gelingt ist es nicht rückgängig zu machen außerdem hast du wahrscheinlich nur noch sieben jahre zu leben höchstens sieben jahre ohne angst im falschen moment gesehen zu werden ohne das stigma ein monster zu sein sieben freie ungetrübte lebensjahre ja gerald ich bin sicher dass ich das tun will na gut also ich würde lieber die diese vogel dieses vogelwesen bleiben vielleicht bitte ich sogar dann würde man da sogar älter werden als ein mensch von daher also keine ahnung vielleicht kann ich sogar fliegen also ich weiß nicht was da los ist du musst dich jetzt konzentrieren sprich mir nach mona ganderau mona fina rat 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 Ich glaube, es hat geklappt Verdammt Gerald, 10 Uhr 10 Uhr Götter, ich kann auf Bälle gehen Ich kann nach Ochsenfurt, sogar nach Novigrad reisen Danke, Hexer Guillaume solltest du danken Er hat mich angeheuert, um dir zu helfen Ja, ihm bin ich auch sehr dankbar Richtest du ihm das aus? Äh, wir hatten die das geschafft, innerhalb von 5 Sekunden gefühlt ihr krasses Kleid anzuziehen Das kann man doch nicht einfach so schnell anziehen Das geht doch überhaupt nicht Naja Das solltest du ihm selbst sagen, oder? Das kann sein Aber, ich würde es lieber nicht tun Richtest du ihm bitte meinen Dank aus? Sei so lieb Gut, ich sag es ihm Leb wohl, Vivienne Das war jetzt irgendwie Merkwürdiges Ende Dafür, dass Dass wir, weiß ich nicht, gerade Leben verändert haben Im Endeffekt Wo ist denn jetzt eigentlich Gut, dann würde ich sagen Liken, kommentieren, abonnieren Wenn es euch gefallen hat Ansonsten Daumen nach oben Dann wird man euch loben Euer Paxes Und wir werden beim nächsten Mal Würde ich sagen Wo muss ich denn hin? Bin ich doof? Hier muss ich hin Ist gar nicht so weit weg Weil wir jetzt gerade einmal hier sind Würde ich sagen Beim nächsten Mal Die zwei Fragezeichen angehen Das hier ist auf garantin Eine verlassene Stätte Und dann würde ich das Quest Wurde auch abschließen Ich glaube eh nicht Dass es jetzt hier in der Nähe Ein Nebenquest gibt Ja Also dann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.